Ähm, ok. Sehr gut angezählt, Herr Ragi. Ja, und wir kommen hier zurück. Bei dem... Beleidigungen an den Kopf werfen... Ich glaube, aus den Beleidigungen wird gleich ein bisschen mehr, aber gut. Dann werde ich ihm zwar in den Arsch treten, aber ich befürchte fast, dass er das tun wird. Shalamalaikum. Aufbruch! Ich weiß ja nicht, was er plant, aber... Wir marschieren los. Im Gleichschritt. Wir marschieren los. Wir marschieren los. Wir marschieren los. Wir sind unterwegs. Alter! Seht nur, welch bedeutender Funde... Lässt doch einfach mal vor, was er schreibt. Er schreibt nicht, er macht gerade was anderes. Die Armee marschiert! Der Rat der Zehn dankt. Auf geht's! Warte. Gerade, wo ich die Kirche gebaut hab. Ich bin unglaublich loyal. Allah segne euch für eure Zuverlässigkeit. Das Schlimme ist, weil ich weiß, was er vor hat, bin ich gerade kein bisschen auf das konzentriert, was ich hier eigentlich bauen wollte. Scheiße. Das war nicht schlimm. Doch, das ist ziemlich scheiße. Wollen wir uns gleich das niemals ausgehen. Ähm, ich glaube, wir sollten mal ablehnen erstmal. Wir haben ja Schiffe, um uns zu verteidigen. Ablehnen würde ich nicht. Ich kaufe gleich Werkzeug und dann können... Also doch, bin ich nur in der Vorbereitung. Was wollte ich machen? Achso, meine Güte, hör auf dem Scheiß, du lenkst mich ab. Ich wollte eine Kapelle bauen, aber wir brauchen das Geld. Irgendwo hier war's. Fehlen nur Bücher. In Arbeit, Herr. Das ist los. Na, das ist nicht schlimm. Da haben wir mehr als genug von. Alter Schwede. Was ist los? Ich guck nur gerade in unseren Hafen. Bereit? Das war nicht schlimm. Die rühren sich keinen Zentimeter, was ist los mit den Dingern? Die sind so böse. Nein, ich wollte die gerade alle in eine Ecke schieben, damit ich hier wieder was sehe. Und die bewegen sich nicht. Ich hab die cool. Meine Schiffe dienen Gott allein. Warum ist eine Flotte von Marie an unserer Insel? Weil die da schon ewig steht. Das ist was, was ich hier gerade mache. Weil die Generationen auf unserer Insel starten wollen. Ich hab's dir gesagt wieder. Nochmal so... Hassan ist mit euch im Krieg. Hassan hat euch den Krieg erklärt. Hassan. Ruft eure Ritter zurück. Bevor ich die Belastung verliere. Was ist jetzt los? Also die beiden haben's immer noch nicht verstanden, was ich Marie meine. Aber ist ja egal. Marie hat uns gerade wieder fünf Ruf abgezogen. Wir sind mit ihr jetzt im Krieg, oder? Ne, noch nicht. Wir waren noch nicht ganz, aber wir sind kurz davor. Das macht's nämlich schon die ganze Zeit, falls das mal nicht gemerkt hast. Zieht eure Ritter zurück. Bla 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 bla. Ja. Ähm... Kümmerst du dich um den Auftrag, oder soll ich das machen? Komm ich schon drum, mein Schiff ist schon... Wow, 31 Tonnen Gewürze. Ich aus den Latschen. Äh, na. Wie, 31 Tonnen Gewürze? Mehr haben wir nicht mehr, oder was? Als Belohnung für diese Aufgabe. So. Was fehlt, irgendwas fehlt. Leinenkunden? Ernsthaft Null? Wollt ihr mich verarschen? Ich hab's doch gesagt, Leinenkunden geht nicht mehr. Aber Null? Hier, hast du deinen Feldweg. Mann, du kannst ja auch... Kannst ja auch mal über die Wiese laufen zum Feld. Schio, mach keinen Scheiß. Oh, diese faulen Säcke, ey. Ich hätt' das Hylarius, aber naja. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Gäberei, ja. Ist voll nicht was. Ach so, weil der Feldweg da nicht nah genug ist, oder was? Welches Markthaus ist es denn? Das da hinten? Scheiße. Ja, schön. Wir haben auch schon die ganze Zeit. Backhaus. Ich hatte mal ne, äh, Lehrerin, die hieß Backhaus. Herzlichen Glückwunsch. Du kannst sie an dieser Stelle grüßen. Ich weiß. Du bringst immer doch vorsichtig hin. Na, guck. Hast du's brennen, solange wie's sich nicht ausbreitet? Ist halt schön warm. Du weißt schon immer, dass ihr diese Stadt zu Wohlstand führt. Hm, was ist jetzt wieder los? Das ist der Most alle. Wollt ihr mich denn verarschen? Und jeder hat bekommen, was er wollte. Wir brauchen Bücher. Das auch. Ach, ich hab was vergessen. Fällt mir jetzt mal gerade so ein, hier. Ehrlich? Mal so ein bisschen Bilanzen wieder reinbringen. Yay! Haben wir noch irgendwo was? Da brennt auch noch ein Haus. Bei euch unten im Süden. Ach, wirklich? Das brennt auch schon seit ner ganzen Folge. Ein gutes Geschäft ist mir willkommene Abwechslung. So, haben wir noch. Haben wir hier irgendwo noch Schergen bei den NPCs, dass ich die rausschmeißen könnte? Shio, was ist mit unseren Bilanzen kaputt? Weiß ich nicht. Was machst du denn damit? Weil die kosten ja auch immer die Schergen. Ah, ich weiß wo das Problem ist. Wenn man keinen Most hat und so. Ungünstig. Ja, wir haben hier noch einen Schergen. Den schmeiß ich auch mal raus. Wo die uns entdeckt und wir Minus kriegen. Mach mal ein bisschen was gegen die Datteln, du Entstände. Was kann ich denn gegen die Datteln? Das ist dein Steckenpferd. Ja, aber ich krieg doch nicht in den Griff. Ist ja nicht mein Problem. Ja, doch. Eigentlich ja schon. Ach ja. Sie ist hier ein paar Schergen rausgeschmissen und wir sind wieder 113 im Plus. Paffeesaat. Ah, Dattelsaat. Die brauche ich. Die ist super. Wie viele Bauernhäuser können wir denn jetzt wieder aufsteigen? 177. Das scheiß Haus brennt immer noch. Was ist denn da los? Schiffsbau abgeschlossen. Ja. Feindlicher Scherge in der Arabinsel. Auf dich ist Verlass. Wir müssten eigentlich mal Gesandte endlich mal kriegen. Dann kriegen wir auch noch mal Patricia. Wo ist die Pissenhecke? Ich bin zu faul, die Adeligen mal zu machen. Und geh mir nicht auf den Sack, Schio. Über die Planke, ja. Weil ich grad damit beschäftigt bin, uns beizusuchen. Ich hab ihn. Sehr gut. Mit diesem Lump konnten wir in letzter Sekunde das haben. Mit dem Idioten. Und sieh zu, dass du Datteln da unten... Du wunderst dich, dass du zu wenig Datteln hast? Die Stadt ist doppelt so groß wie vorher. Ich weiß. Aber die hatte auch vorher doppelt so viel Ressourcen. Bau die Dattelproduktion aus. Ich hab dieses Schiff mit der Dattel liegt jetzt direkt unterwegs. Ich baue die Datteln gleich auf der Insel mit selbst an. Tausend Gesandte ist sowieso ultra, ey. Tausend Gesandte ist voll wenig zu kriegen. Ist voll schnell. 5000 Gesandte ist voll ultra. War nicht. Ich doch. Wo steht unsere Schiffe bei... Achso. Nein, es steht hier. Wieso rußt das Haus? Wieso rußt das... Warum macht der Zimmermann nichts? Der hier irgendwo sein sollte. Hoffentlich. Hab ich da kein Zimmermann hin gebaut? Anscheinend nicht. Allah siegen euch für eure Zuverlässigkeit. Der muss doch irgendwo ein Zimmermann in der Nähe sein. Ah, anscheinend nicht. Wenn es weiter nichts ist, womit ich behilflich sein kann? Geh mir nicht auf die Eier, Gio. Ach doch, aber das ist außerhalb der Reichweite das Haus. Ehrlich. Was? Auto-same. Oh, Auto-same. Agi. Wie lange ist es wieder am Super-same. Wow, was war das jetzt? Monster-Lag beim Samen. Das lag bei mir immer noch beim Samen. Aber was... Ich hab immer noch automatisch wird gespeichert. Blava hat noch Mitspieler hier vor mir. Ja, ich auch. Also 0 FPS Aufnahme. Hm, 26 trotzdem. Ah, jetzt wieder auf 30. Nee, 60. Nee, 30 wieder runter. Hat er ja normalisiert. So. Ich brauch Holz. Holz auf der Hauptinsel kommt schon an. Ja. Meine Fortuna holt auch ständig Holz ab immer. Da ihr eh nicht aufsteigen wollt, zahlt Steuern. Das ist jetzt wieder das Problem, dass du wenig musst. Was ist das, wovor es dir graut? Alter, geh mir nicht auf den Sack. Gib mir eine Antwort. Lass die Finger von die Dinger. Ah. Aha. Die kommen ja nicht hinterher. Die bauen ja da gar nichts. Marie ist gleich wieder bereit für die nächste Invasion bei uns. Wir müssen mir wieder eine Insel abkaufen. Ja, die quali... Sie hat immer noch mehr Armeen. Als wir... Welche Insel haben wir hier eigentlich abgekauft? Ganz links oben in der Ecke. Steinkrieg. Ach, die da oben, die kein Schwein braucht, die so unglaublich effizient ist. Nein, die brauchen wir schon, weil da ist ne Eisenproduktion drauf, die wir brauchen. Boah, Eisen. Boah, Most. Zwei Mostfarmen sind offen. Und Werkzeuge. Dein Geld ist bei mir in besten Helden. Was hat mir Zeit? Jetzt... Oh, komm mal, Teragi. Boah! Was zum... Ist ne Plus. Nein. Wir feiern nur gerade. Und das wäre was, was ihr feiert? Eine Produktion kommt zum Erliegen. Und jetzt sehnt sich das nach und nach. Das gefällt mir. Wir haben keine Bücher mehr. Unsere Anliegen sind... Bin dabei! Wo ist eigentlich unsere Buchproduktion, Shio? Wir haben keine Buchproduktion. Bist du bescheuert? Warum haben wir keine? Ich hab gesagt, wir brauchen noch. Ja, dann... Hopp! Hä? Jetzt schwächer jetzt drauf. Fehlt das Geld. Das ist ja... Herrlich. Alter, Shio, geh mir nicht auf den Sack und bau hier mit die Produktion aus. Ich bin grad da bei Hatertools zu machen. Es geht mir nicht um Scheißdatteln. Ach, das heutzutage am Schlaf. Sag... Machst du die etwa alle einzeln auf? Ich mach mal die deine Lächte auf los. In dem du Schiff gedrückt hältst. Okay. Okay. Kagi! Jaaa... Lass die scheiß Bauern aufsteigen, Mann! Oh, haben wir ein Schiff mit 40 Tonnen? Da stehen! Okay. Jetzt erstmal ne Schiffsladung muss hier runter. Das ist gerade jeder zügig. Einzelne Haus aufsteigen? Ja. Mach ich auch. Damit ich das schön anordne. Rosenkranz. Oh, das ist ja weiß. Auch wenn ich ein paar nicht aufsteigen lassen kann. Haben wir eigentlich Bettler auf den Straßen? Ne, ne? Dein ist jetzt auch egal. Sehr gut. Oh, der hier muss auf jeden Fall aufsteigen. In einer Stunde kommen die nächsten Bettler. Sehr gut. Also wenn es nicht mehr als 430, 440 sind, haben wir kein Problem. Ach, das ist ein Handelsschiff. Hier packt mal wieder ein Handelsschiff. Ja, ich brauche die zwischendurch. Wo ist es? Nichts kann uns standhalten. Ja, das was da noch frei steht. Ach da. Ich helfe euch gerne aus. Boah. 34-Totten-Waffen-Werben-Start. Muss er nachproduzieren. Ich finde das Bild ist putzig. Das muss ich jetzt da erstmal im Fenster-Modus aufnehmen. Hier im Postgarten-Modus. Du sagst mit deines Plotter da oben meinst. Das ist cool. Uh, unser Brot wird wieder knapp. Nicht gut. Alter, wie die das Brot wegfressen. Das gibt's doch nicht. Und unser Most ist schon wieder leer. Was machen die da mit? Wir benutzen die halt ein Spülwasser für die Toilette oder was? Ja, die Kriegsschiffe sind aber schneller. Das ist noch ein Handelsschiff. Sag mal. Haltet eure Soldaten im Zaun. Ja. Eine städtliche Flotte. Ah, ja. Drei kleine Kriegsschiffe und, lasst mich schätzen, zehn Truppen. Waren durch die Gegend, ja? Zeichen. Zeichen für Marie. Meinst du nicht? Marie ragt sowieso schon gegen uns. Die erklärt uns jeden Moment sowieso den Krieg. Eine Produktion kommt zum Elite. Ich muss lieber auf ihre Hauptinsel setzen. Ja, guck dir erst mal an, was da abgeht. Die Hauptinsel hat dreimal so viel Truppen wie wir. Es geht mir darum, ihre Produktion zu verdichten. Das mit einem Schlag. Am besten. Am besten die hier oben. Nee, das ist auch nicht so super. Am besten ihre Mostinsel, aber die hat sie... Ja, bitte? Hat keine Mostinsel. Ja, bitte, sagt sie. Ich glaub's ja nicht. Geht euch in der Ratsversammlung einen Namen, bevor es ein anderer tut. Was? Rage Mode. Hast du jetzt provoziert, oder was? Irgendwisschen. Gott möge euch eure Sünden vergeben. Welche Insel übernehme ich, Alter? Nicht die oben rechts. Alle anderen kannst du haben. Wir können euch nicht helfen. Ja, wir haben solche Probleme. Das ist ja eine Sache des Nichtmachens. Wir haben drei Truppen. Drei Schiffe. Willkommen in unserer Welt, würde ich jetzt fast sagen. Ja, wir haben auch nur drei Kriegsschiffe. Ja, aber 50 Truppen. Ich denke auch. Ja, 20 würde ich schätzen. Ein paar mehr sind schon, aber... Schiffe hier miteinander verschmelzen. Kann man... 23 plus drei Kriegsschiffe. Wieso steht das Schiff noch hier oben? Das habe ich doch hier runter beordert. Als es da oben steht. Oh, da ist ein Reparatur-Kran. Der bietet sich gerade an. Ja, da ist ein Reparatur-Kran, der bietet sich gerade an. Die Uhr sagt, wir haben noch mindestens fünf Minuten. Okay. Fagi, weil wir kein Geld haben. Ich würde ja Kaiserhafen, die Kirchberg einnehmen. Ist ja so lustig. Ich würde sagen, Kaiserhafen. Okay, ich versuch das. Was will ich sehen? Boah, ist Ihre Flotte langsam, ey. Ich meine, das könnten wir mal retten. Ich bin ja gar nicht. Keine Arab-Produktion mehr. Und ohne Gewürze bricht es auch ziemlich zusammen, würde ich sagen. Oder? Du kennst NPCs nicht. Ihr habt den, der Most geklaut und die stürzt nicht zusammen. Ihr habt den Most auf der Hauptinsel. Wir haben nur Nebenmost Produktion. Wir haben nicht alles. Irgendwie schaffen es NPCs, die sich zu halten. Was theoretisch. Du musst die Hauptinsel einnehmen und dann sind sie weg. Einer ihrer Betriebe stellt keine Ahnung. Es ist egal, wie viele andere Inseln sie haben. Ohne Hauptinsel haben sie verloren. Aber du kannst den echt adligen Status, die ganz alle anderen Inseln wegnehmen, die halten sich. Obwohl. Ich verbotze diesen Vorzug. Die sind immun. Die haben die Opelrechte. Dann parke ich die Flotte erstmal irgendwo. Bei Kriegsschiffe hin. Das einzige, was du machen könntest, ist, dass... Dagegen können sie sich nicht wehren. Alle Handelshilfe zerstören von denen und immer schön zerstört lassen. Ja, dafür haben wir keine Armee. Werftenbelagern. Wir haben auch eine Flotte. Ne, ich meine, Flotte Armee haben wir. Armee haben wir eine Ebenwürdige mit ihr, aber... Am Begriff reicht es nicht, weil sie Türme hat ohne Ende. Wenn du es mal anguckst, dann ist es ja schon abartig. Die Türme hat... Ihr werdet wieder von mir hören. Ihr werdet wieder von mir hören. Ja, wir müssen dafür erstmal ein Ding zeigen bauen. Waffenweiß 3. Ja, und? Wer not? Das macht mir irgendwie Angst, die ganzen Schiffe und Waffen. Ja, sie parken da jetzt an eurem Reparaturkragen. Wenn du mich nicht nervt, dann reiben die auch nur davor stehen. Der Glaube kann Berge versetzen. Der Glaube kann Berge versetzen. Wir versetzen dich auch gleich. Hoffen wir mal, ne? Würde du sowas sagen, dann sage ich ja. Versetzen. Warte. So. Ach, was abreißen liegt aber auch, ey. Snackt alles. Hier ist noch ein kleines Kriegsschiff. Wo? Unten an der Hauptinsel Hauptkontor. Gut, wirst du auch da bei den Parten? Mach du, ich weiß nicht wo. Ich weiß nicht wo, weil... Wirst du bei Terragi im Hafen? Das sieht cool aus. Kommen wir in der Sie in Terragi. Die Nerven haben da kein Grund zu. Terragi, einer eurer Hafentürme, ist irgendwie sehr dunkel. Nee, habe ich doch schon erwähnt, dass die sich nicht selber reparieren. Ja, was erwartest du? Ich stelle mich und meine Flotte gern in eure Dienste. Was? Ich klicke euer Schiff an und Terragi sagt mir, dass er sein Schiff und seine Flotte gern in unsere Dienste stellt. Das habe ich auch verstanden. Ihr Volk leidet Hunger. Du hast schon wieder keine Datteln. Was machst du denn? Es ist doch unterwegs. Die Datteln-Pflückerei ist gerade angekommen. Wie schon gesagt. Mich verfügt ihr nur, wenn es Geld gibt. Die Sagen sind nicht ausgebracht. Ich will, verfüge ich über deine Insel gleich nur, dass ich dir Penny bezahlen. Wir haben 149 Bürgerhäuser von 148. Ja. Und? Problem? Ja. Problem Epilepsie? Soll er es kriegen? Soll er es nicht kriegen? Soll er es kriegen? Soll er es nicht kriegen? Ne. Ne. Hassan ist... Einfach so. Ja. Ach, da ist das andere. Warum? Du hast mir mein Schiff geklaut! Welches Schiff? Das Schiff, auf dem der Most ist. Das steht in irgendeiner komischen Kirchberg. Warum? Mein Speicher ist aufgerucht. Und ich wundere mich, wo dein Schiff mit dem Most bleibt. Lieber nach dem Spion. Ich hab ihn. Diese Halunke landet im Loch. Ich bin grad echt platt. Wir haben hier wirklich keinen Spion mehr bei Taragi. Ich hab doch gesagt, ich hab die da alle rausgenommen. Das heißt nix. Weil du das sagst, heißt das noch lange nicht, dass das so ist. Ja, Shihos haben eine Schuld. Und Shihos machen nur noch auf meine Schiffe. Die haben wir alle rausgeeckert. Das hilft nicht. Ihr könnt jederzeit über mich und meine Schiffe verfügen, hab ich grade wieder gehört. Ne. Ich hab mich nur ein bisschen überlegen. Vielleicht ob die Schiffe nicht doch noch jemand anderes angreifen sollen. Aufbruch! Och, bau schneller Waffen. Ach hier denn. Ihr werdet beobachtet? Wusstet ihr das? Wir werden beobachtet, sagte Garibaldi grade. Och, ey. Wir haben überhaupt kein Geld grade für, äh. Boah, Shihos, was machst du mit unserem Geld? Ey, das kann doch nicht wahr sein. Er baut fast eine große Truppe. Wir haben doch gesehen, was er da baut. Hör auf Truppen auszuheben wie ein Wahnsinniger. Wir brauchen unser Geld noch. Wir brauchen aber mehr Truppen als Marie, wenn sie uns angreift. Ach, da sind Schiffe sinnvoller als Truppen. Ey, wenn sie ihre Truppen mobilisiert, dann haben wir unsere Truppen in der Rückhand. Ganz ehrlich, ihre Truppen müssen übers Meer, wenn sie uns anpissen wollen. Eure Truppen... Ja, ticke es jetzt auf. Oh! Uh. Was, oh? Eure Truppen in der... ...in unserer Bucht in der Rückhand, genau. Ja. Da steht ihr auch im Moment ganz gut, glaub ich. Ich will nicht eigentlich da jetzt noch sechs Türme reinbauen und Krieg erklären. Ich frag mich jetzt gerade noch ernsthaft, wo die ganzen Kriegsschiffe sind. Drei Stück parken hier. Bei Wegen baut die sechs Türme. Die Dinger sind schneller bei euch am Land, als ihr die, äh, als ihr dir versenkt habt. Ich glaub, ich weiss nicht, da oben an der Külle, die gerade steht, kommt hier. Kann ich landen, ja. Oder man könnte da jetzt auch mit, äh, Steinwegen drumherum bauen, dass es nur noch einen schmalen Grad gibt. Und dann irgendwie ein großes Schiff davor parken. Kann ich auch nicht mehr rauskönnen. Aber woraufs hätten wir davon, so ne Scheiße zu machen? Was ihr davon hättet? Vergeltung. Vergeltung steht mir zu, wenn überhaupt. Kann ich erst ein, ähm. Könntet ihr eure Schiffe vielleicht ein paar Meter nach links bewegen? Die fahren ja gerade schon. Gorn in die Bucht. Gorn in die Bucht. Ja, und Teragi, die... ...Baukla-Lager ist auch jetzt... ... 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 Ich brauche noch ein bisschen Geld, um eine Taverne zu bauen. Wir sind so arm, wir können doch nicht einmal eine Taverne bauen. Prinzenregiment, ich glaube, es geht los, ey. Jetzt kannst du erzählen, Hassan Ben-Sahid hat sie... Ha! So, ich glaube, jetzt machen wir mal eine Pause. Ja, das hört sich gut an. Alter, Hassan, halt's Maul. Wenn es weiter nichts ist. So, jetzt hier ein Endscreen, endlich. Nach dem Speicher. Puh, das liegt über dem Speicher, da kannst du aber sicher sein, Endscreen. Oh, ich komme nicht in die Postkarten, als ich die Pause verdiene. Oh, tut mir aber leid. Willst du deine Flotte zeigen? Ja. Ich habe hier gerade ein wunderschönes Bild von einem Schuldturm neben meiner Kirche. Das passt perfekt. Wie schon gesagt, als wir damals mit vier Truppen angegriffen hatten, hatte sie auch nur zwei Truppen auf Insel und plötzlich hatte sie drei Truppen und drei Trebuchet. Ja, und da sind sie 30 Truppen, genau wie ich habe. Naja, egal. Wir sehen, ob Shio nächste Folge ausrastet oder nicht. Er wird ausrasten. Ciao. 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 Ciao.